Herzlich Willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Roger. Der April 2023 ist vorbei. Zeit zurück zu blicken. Was gab es Neues im April? Erwartungsgemäß war der April sehr, sehr unspektakulär. Das interessanteste waren die Käufe. Aber schauen wir mal, was passiert ist und was gekauft wurde beziehungsweise was vielleicht auch verkauft wurde. Also vorzugreifen, Verkäufe gab es keine. Es wurden die üblichen Sparpläne ausgeführt. Eine Besonderheit und zwar habe ich jetzt auch einen Sparplan angelegt auf die PVA Teppler AG. Mein Maschinenbauer hier aus Deutschland zahlen zwar keine Dividende, allerdings ist mittlerweile die Aktie sparplanfähig bei Scalable und da habe ich dann einen Sparplan angelegt. Der Bereich Maschinenbau ist ja halt auch genau meine Branche, ist relativ unterrepräsentiert in meinem Depot. Und ich muss halt auch sagen, ich tat mir im April wirklich schwer zu sagen, wo lege ich jetzt nach, außer jetzt bei den ETFs, beziehungsweise wo setze ich mal einen Sparplan aus. Aber PVA Teppler AG läuft jetzt als Sparplan vorerst mal. Ob das jetzt längere Geschichte wird, wird man halt einfach sehen. Ansonsten gab es halt die Käufe beim Vanguard Putsi All-Wert High Dividend 500 Euro, beim IT-ETF 50 Euro, wie man es halt kennt. Dann habe ich den Sparplan zu AT&T wieder aktiviert in Höhe von 50 Euro. AT&T hat die Zahlen gezeigt und der Free Cashflow hat so ziemlich den Kurs ins Wanken gebracht. Die Aktie ging ziemlich weit runter. Es gibt auch viele Diskussionen drinbleiben, Geldvernichtungsmaschine, rausgehen, verkaufen. Kurse von 12, 13 Euro wurden schon bei Twitter ausgerufen. Das muss jeder für sich selber individuell analysieren. Gerade an dem Tag, als die Zahlen kamen, war ich den ganzen Tag raus zu Hause, habe mir das abends um 22 Uhr angeguckt und ich bleibe bei AT&T drin. Ich sehe die Dividende auch nicht gefährdet. Wenn man jetzt diesen Free Cashflow außen vor lässt, waren die Zahlen, ich sage es nicht so schlecht, die waren nicht toll, aber das ist noch eine lange Baustelle. Vielleicht sollten sie vielleicht auch mal bei B&G Foods schauen, wie man ein Unternehmen saniert. Gleichzeitig sage ich aber halt auch dieses Abenteuer mit Warner Media, was ein paar Jahre gegangen ist, kann man erst innerhalb einem Jahr, seitdem das Ganze abgesplittet wurde, auch korrigieren. Man muss halt einfach Lust auf so ein Abenteuer haben. Ich bleibe dabei, Sparplan läuft. Und dann neu im Depot ist die SITC International Holding, ein Unternehmen aus Hongkong. Ist ein Unternehmen, ich habe es mir extra jetzt auf einem anderen Monitor noch aufgelegt, ist ein Unternehmen, eine Reederei, die innerhalb von Asien unterwegs ist im Bereich Containerschifffahrt und Logistik. Zeige ich gleich mal noch kurz was dazu. Ist ein Hochdividendentitel. Hier muss ich mich so ein bisschen an der Kandare nehmen, dass das nicht überhand nimmt. Aber vielleicht merkt auch dann der ein oder andere, dass ich mit den gleichen Sachen im Mindset zu kämpfen habe oder einhalten der Regeln wie der ein oder andere von euch selbst. Dividenden gab es auch. Der April ist allerdings erfahrungsgemäß und das war auch erwartungsgemäß so der schlechteste Monat im ganzen Jahr. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Hinzu kommt, dass ich halt Ivan Mountain nicht mehr im Depot habe. Die Dividende ist weggefallen. Dann steht halt auch noch eine Zinszahlung von einem Projekt bei Ecoligo aus. Stichtag war 30.04. Und jetzt war die Zahlung noch nicht da. Ich hoffe, die kommt noch. Und ansonsten gab es Vibity Income 10,89 Euro. Stag Industrial 5,60 Euro. Main Street Capital Corp 1,88 Euro. Der iShare Stocks Europe Select Dividend 5,66 Euro. Und die Brady Corporation, einer meiner Lieblingsaktien mittlerweile, 4,43 Euro. Insgesamt Dividenden 28,46 Euro. Performance. Sehen wir gleich den Portfolio Performance. Der Depotwert ist im April um 1,21% gestiegen. Seit Jahresbeginn 13,83%. Ja, der Start in die SITT International Holdings war jetzt nicht so toll. Sind jetzt aber auch erst 750 Euro drin. Im Moment minus 23%. Da werde ich auch nochmal nachlegen. Aber ich lasse es jetzt erstmal laufen. Die zahlen zweimal. Die zahlen immer im Wechsel. Ein Jahr zweimal im Jahr. Einmal dreimal im Jahr. Und ja. Wo ich eben gesagt habe, ich kämpfe manchmal auch mit meinem Mindset. Beziehungsweise nicht Mindset, sondern halt mit meinen Regeln. ist zum Beispiel jetzt im Moment ein heißer Punkt NVIDIA. Das KGV liegt mittlerweile bei fast 160. Ich glaube 156, 157. Müsste ich nochmal nachgucken. Da bin ich wirklich am überlegen, jetzt dann auch mal Gewinne mitzunehmen. Ich will da aber auch keinen zu irgendwas anstacheln. Ich weiß, da ich gesagt habe, ich will NVIDIA ankommen, was will halten. Aber das sind so diese Verlockungen. Diese Gewinne dann jetzt auch mal zu sichern. Das weiß ich, 10 Anteile. 22,57 Anteile habe ich ja. Die ganzen Anteile liegen mittlerweile bei Smartbroker. Dieser Digitalübertrag von Scalable zu Smartbroker funktioniert einwandfrei. Hat bisher keiner länger als drei Wochen gedauert. Und funktioniert alles digital. Das ist super. Und da bin ich im Moment wirklich am laut nachdenken. Aber wahrscheinlich mache ich gar nichts. Und lasse einfach liegen, wenn sie nochmal runterkommt. Ich weiß es nicht. Wird man halt einfach sehen. Ansonsten, der Kollege hier unten lacht noch unten rechts. So soll es sein. Schauen wir jetzt mal in Portfolio Performance. Aufs Jahr liegt die Performance bisher bei 7,0. Der April selbst war minus 0,8. In die Einzelposition waren die ETS minus 0,3. Die Aktie minus 1,1. Ja, der April war sehr, sehr unspektakulär. Also da war jetzt nichts, was irgendwie mich jetzt aus dem Hocker gerissen hätte. Schauen wir mal auf die letzten 30 Tage. Siemens Energy hat nochmal 10,72 Prozent zugelegt. Johnson & Johnson, da ist jetzt am 5. Mai, wird die Konsumersparte abgesplittet. Ausgenommen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da bin ich mal gespannt. Waren ja auch einige, die gesagt haben, sie warten das Ganze jetzt erstmal ab und steigen dann vielleicht bei Johnson & Johnson wieder ein. Ich habe einfach den Sparplan laufen lassen. Hat sich halt auch die ganze Zeit angeboten. Und ich sehe halt auch da drin halt auch eine große Chance. Johnson & Johnson ist halt schon ein solides Unternehmen. Da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen. Und Imperial Brands hat auch 5,39 Prozent nochmal zugelegt. Das passt. Schauen wir auf die Verlierer. Ja gut, die SETC International Holding lassen wir jetzt mal außen vor. War mein Einstieg mal wieder super. Ich hatte drei Einzelkäufe gemacht, alle in Hongkong. Naja. Ja, AT&T, minus 11 Prozent. Nicht wundern, hier unten dieser kleine Verkauf. Das waren die Bruchstücke, die ich bei SC verkauft hatte, nachdem ich alle AT&T-Anteile zu Smartbook übertragen habe. Also das waren jetzt wirklich nur ein Verkauf von 0,922 Stück. Ach, jetzt läuft wieder ein Sparplan. Hätte ich also die Bruchstücke auch genauso gut behalten können. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Ja, und PVA Teppler, minus 8,99. Da läuft jetzt halt der Sparplan. Da hatte ich ja jetzt wirklich seit Anfang 2022 nicht mehr nachgelegt. Und ist auch sehr klein im Depot. Also hier unten ist der Bereich Maschinenbau. Macht nur 0,98 Prozent aus. PVA Teppler. Und ihr wisst, ich mag das Unternehmen. Das war ja mit einer meiner ersten Einzelaktien, die ich ja hatte, weil ich das Unternehmen halt auch kenne. Und zahlen halt keine Dividende. Auch wenn ich eigentlich mehr auf Cashflow setze, kommt es mir in dem Fall aber nicht auf die Dividende an. Also ja. Der Gesundheitsbereich, den ich ja wirklich jetzt schon seit Anfang des Jahres oder ich glaube sogar schon seit Dezember, November letzten Jahres am Ausbauen bin, hat mittlerweile 3,05 Prozent. United Health Group mittlerweile 2,19 Prozent vom Gesamtdepot. Ich versuche, da kommen wir heute mal so ein bisschen ausführlicher drauf. Ich versuche halt wirklich immer hier zu gucken, dass kein Bereich größer wie 5,5 Prozent hat. Ohne jetzt groß mit dem Mauszeiger hin und her zu schieben, sieht man ja halt hier Immobilien 11 Prozent, Halbleiter 8,59 Prozent. Wenn ich alle Regeln golden befolgen würde, müsste ich jetzt Nvidia Teile verkaufen, damit ich wieder auf die Sollgewichtung komme. Sollte man dann halt auch machen, sich dann diese Regel halten. Aber das fällt mir jetzt gerade unheimlich schwer. Ich bin froh, 22 Nvidia Aktien zu haben. Und das sind halt so diese Verlockungen, mit denen man dann zu kämpfen hat. Also das Investieren, Kaufen, Verkaufen an der Börse ist relativ leicht. Viel wichtiger ist immer dieses Mindset, sich die eigenen Regeln setzen, mit denen man sich wohlfühlt. Und ich fühle mich wohl mit dem Depot, so wie es ist. Ich muss halt auch sagen, seit ich das alles umgestellt habe, auf Cashflow orientiert, rücken halt auch diese Kurssteigerungen, rücken halt ziemlich in den Hintergrund. Aber wie auch Konsum, das liegt halt an B&G Foods, 10 Prozent. Wenn ein Bereich da ausfällt oder mal einen Hänger hat, dann zieht es halt natürlich direkt die Monatsperformance nach unten. Aber da arbeite ich dran. Also es wird wahrscheinlich den Monat noch mal drauf hinauslaufen. Jetzt im Mai, da ich noch mal im Bereich Gesundheit weiter nachlege. PV Teppler wird weiter ausgebaut. Hier 5 Prozent. Ist natürlich auch nicht so einfach zu sagen, man setzt jetzt auf ein Unternehmen, wo nur einen Bereich abdeckt. Aber das, ja. Aber ich sage jetzt mal hier oben, der Holdingsbereich, das ist ja Etosho, Marubeni und da ist jetzt die SETC International Holding noch dabei. Das passt mit dem 5,7 Prozent. Ja, also ihr merkt schon, es ist, das sind so die Baustellen, mit denen ich mich derzeit beschäftige. Aber ich bin froh, dass der Bereich Gesundheit mittlerweile größer geworden ist, da ich mich da so weit dran gehalten habe. Und das passt. Schauen wir jetzt mal auf die Dividenden. Und gehen auf den Monat. Und da sieht man ja halt auch hier 28,46 Euro. Letztes Jahr waren es 33,96 Euro. Wenn jetzt Ecoligo noch gekommen wäre, das waren 8,9 Euro. Dann wäre ich über 2022 drüber gewesen. Wenn das eingeht und dann erfährt ihr das beim nächsten Depot-Update. Definitiv. Ich würde es dann aber halt für den April einbuchen. Zahltag war 30.04. Ein Projekt aus Vietnam war das, wo jetzt im Moment die Zahlung aussteht. Hier, Prime Dialog 3 aus Vietnam, Laufzeit 6 Jahre, 5,4 Prozent Zinsen. Ich bin guter Dinge, dass diese Zahlung halt auch noch kommt. Und ansonsten, der Ausblick auf den Rest des Jahres ist jetzt halt einfach so, dass keine Zahlung mehr, also dass jede Zahlung, die jetzt kommt, im Monat mindestens dreistellig ist. Brauchen wir deshalb auch mal hier nochmal die Vorschau und den Verlauf vom letzten Jahr. Also wir liegen, also Stand jetzt sind es jetzt schon 48, knapp 48 Prozent mehr Dividenden als im Vorjahr. Dem Monat waren es halt 16,2 Prozent weniger im April als wie im Vorjahr. Aber ich schaue sowieso nur aufs Quartal und abgerechnet wird ja am Jahresende. Und 2022 wird definitiv übertroffen. Ich habe ja gesagt, mein Ziel wäre 2.000 Euro Netto-Dividende. Und da bin ich guter Dinge, da ich das halt auch erreichen werde. Kommen wir nochmal ganz kurz hier auf den Kalender. Ich habe mir ja schon gesagt, maximal 35 Positionen. Jetzt bin ich bei 33 Positionen im Depot plus Ecoligo, das wären dann 34 Positionen. Ich will halt auch nicht hingehen und den Fokus drauf legen, mir jetzt noch irgendeinen Dividendenzahler suchen, der im April ausschüttet, nur damit der April das rausreißt. Da habe ich einfach keinen Fokus drauf. Ich habe auch noch nie geguckt nach einem Unternehmen im April. Es gibt so ein, ein, zwei Unternehmen, wo ich im Moment am Überlegen bin, da mal einen Sparplan zu starten. Das eine wäre LVMH, also Louis Vuitton. Aber das sind Gedankenspiele. Das soll man definitiv jetzt nicht überbewerten. Generell mit diesen Hochdividendenwerten wie jetzt die SEC International Holding oder Petrolio, Öl, Gas aus Brasilien, das soll, wie anfangs erwähnt, auch nicht überhand nehmen. Also die sind jetzt drin. Die SEC International Holding, Dividendenrendite 22,13 Prozent, zahlt solide seit zehn Jahren eine Dividende. Das passt alles. Und das Dividendenwachstum in den letzten zehn Jahren lag bei 36,36 Prozent. Also und hier sieht man es halt auch, letztes Jahr haben sie dreimal ausgeschüttet, das Jahr davor zweimal, Jahr davor nochmal dreimal im Jahr 2020. Ja, aber ich werde da jetzt, ich denke mal, das wird eine Position sein, wo ich jetzt diesen Monat nochmal nachlegen werde. Ansonsten wird es im Mai, denke ich mal, auch ein bisschen ruhiger, außer den normalen Sparplänen, wie jetzt auf den, auf die beiden ETS der IT und der Vanguard. So wird es wahrscheinlich diesen Monat laufen. PepsiCo hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen, hat wieder die 200-Tage-Linie überschritten. Der Sparplan wird jetzt halt wieder pausiert. Muss man sich relativ wenig darum kümmern um PepsiCo. Genauso wie jetzt hier die Marubeni-Corp. Also die haben ja sehr wenige im Depot. Ich habe, glaube ich, noch keinen gefunden, der sie im Depot hat. Man findet auch sehr gefährlich nur Informationen über Marubeni jetzt außerhalb auf ihrer Seite. Aber ich hätte gerne, die Ex-Tage für die erste Zahlung im Jahr 2023 bei den japanischen Aktien sind ja schon vorbei. Bei Marubeni, Itosho und KDDI, da hätte ich gerne noch nachgelegt. Hab's aber einfach verpasst. Aber Itosho zum Beispiel wird definitiv noch ausgebaut. Aber ich versuche mich halt wirklich hier auch dran zu halten. Und am nächsten Tag ist jetzt auch wieder ein Earnings-Call bei B&G Foods. Da sind zum Beispiel Dividenden jetzt von AT&T und B&G Foods 1. Mai gestern schon eingegangen. Seht ihr aber allerdings erst beim nächsten Depot-Update. Ich habe sie hier auch noch nicht eingepflegt, den Portfolio-Performance. Und ja, das passt. Also ich bin mit dem Depot seit der Umstellung wirklich zufrieden. Auch wenn es der letzte Monat mit minus 0,8. Aber jetzt minus 0,8 ist jetzt kein Beinbruch. Wenn man die letzten Jahre sieht, wie es da gelaufen ist, da passt das auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Aber der April war, ja, wie soll ich denn sagen, so richtig mäh. Okay. Also es ging nicht vorwärts, es ging nicht rückwärts. Es war irgendwie so ein Stillstand. Also Monate soll es ja auch mal geben. Ist ja nicht unbedingt schlecht. Also von daher passt das. Ihr könnt ja mal gerne unter das Video kommentieren, wie bei euch der April gelaufen ist. Wenn ihr Fragen habt zum Video, gerne auch unten in die Kommentare. Freut mich, dass ihr nach wie vor dabei seid. Ich weiß, ich habe beim letzten Depot-Update gesagt, es wird jetzt wieder mehr. Das hat halt leider im April noch mitgeklappt. Ich hoffe, das läuft ab jetzt wieder besser. Es kamen halt auch Fragen wegen diesem digitalen Übertrag von Scaleable zu Smartbooker, was ich da immer die ganze Zeit im Hintergrund am Machen bin, die letzten Monate gemacht habe. Ich habe zum Beispiel die, das kann ich noch kurz zeigen, ich habe zum Beispiel jetzt alle Anteile vom iShares ETF und vom X-Tracker Stocks Global Select Dividend ETF. Das sind hier diese Einzelverkäufe. Die Bruchstücke, wo ich dann bei SC rausgeworfen habe, habe ich jetzt alles bei Smartbooker. Also das passt auf jeden Fall. Hier unten sieht man das. Das ist halt ein ganz großer Vorteil. Das Schöne ist halt einfach, bei Scaleable ist es halt nervig. Bei Smartbroker ist die Dividende, holen wir jetzt einfach AT&T und B&G Foods am Zahltag auch gebucht. Bei Scaleable kann das auch mal gerne eine Woche dauern. Und klar, also jede Dividende ist bis jetzt auch dort gekommen. Aber es nervt halt. Wenn man dann halt, sage ich mal, AT&T, hatte ich ja eine Zeit lang Teile bei SC und Teile bei Smartbroker. Wenn die eine Dividende schon da ist und bei SC wartest du noch vier oder fünf Tage drauf. Plus die Abrechnung. Manchmal ist sie gut geschrieben, aber die Abrechnung fehlt dir ganz einfach. Das nervt. Das nervt kolossal. So, und bei LVMH mein Gedankenspiel Louis Vuitton. Was mich da so ein bisschen nervt, ist die französische Quellensteuer. Ja, ich weiß, es gibt einen Brokernamen, fällt mir gerade nicht ein. Dann kann man sich da vorab befreien. Aber da fehlt mir halt auch die Muße, mir jetzt noch einen dritten Broker zuzulegen. Deswegen, ja, mir reicht das mit diesen zwei, wie ich das habe. Mit dieser Lösung, die ich für mich gefunden habe. Gerade in Bezug auf die Aktiensparpläne, die ja bei Smartbroker sehr, sehr tiefmütterlich behandelt werden. Und das ist auch kein Angebot. Mindestens 100 Euro Sparpläne und etc. Hätte ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Aber, ja, wir werden es halt sehen. In der Watchlist kam jetzt halt auch nichts mehr Neues dazu, oder? Nee, kam jetzt nichts Neues dazu. Heckler-Mining behalte ich halt immer noch mal im Auge. Vielleicht passiert dem Moment noch was, dass ich da mal noch mal einsteigen kann. Habe ich ja auch gut Geld dran verdient in Alvin Mountain. Ja, letztes Jahr, ich bin ja da wirklich mit gutem Gewinn raus. Und das passt. Aber bei allen anderen, die ich jetzt hier im Dorf, also Hormelfoods und ich, kommen wahrscheinlich nie zusammen. Habe es trotzdem in der Watchlist. Ich verfolge es halt einfach. Und Ekova Resources zum Beispiel. Das ist ein Unternehmen, welches Schürfrechte für Rohstoffe verkauft. Zum Beispiel in Rio Tinto und so weiter. Und die machen halt eine Minenvermietung. Haben auch eine RTV-Dividendenrendite. Gucken wir jetzt nicht nach. Aber das ist zum Beispiel Ekova Resources. Das wäre jetzt schon wieder so ein Titel, wo ich sage, das soll keine Überhand nehmen. Deshalb gehe ich da im Moment auch nicht rein. Behalte ich aber drin. Aber ich bin, was das Depot betrifft, was die Aufteilung betrifft, alles drum und dran, bin ich im Moment wirklich zufrieden. Das passt. Auch die Asset Allocation. Wenn ich jetzt hier schaue, das passt jetzt fast genauso, wie ich das haben will. 78% Aktien haben wir jetzt 75%, 2% fehlen. Das ist alles innerhalb im grünen Bereich. Also was hier unten ist, das ist dieses Verhältnis zwischen dem Vanguard Fuzzi All World und dem X-Dweckers MSCI World IT-ETF. Da soll der Vanguard Fuzzi All World 90% von diesen beiden ausmachen und 10% der IT-ETF. Das passt halt noch nicht. 2676 Euro fehlen noch im Vanguard. Aber dadurch, dass da jeden Monat 500 Euro reinfließen und 50 Euro in IT, wird sich das langfristig ausgleichen. Nur mal kurz zur Erklärung, was das da unten ist. Also das nur mal so als Hinweis. Aber ich bin, wie gesagt, was das Depot betrifft, bin ich absolut zufrieden. Es läuft. Es läuft. Jetzt kommen die schönen Dividenden-Monate. Also das Jahr 2023 fängt im Prinzip jetzt erst an. Aber wo war es? Na, komm. Ich gucke immer hier drauf und das passt. Wenn ich jetzt nachher die B&G Foods und AT&T Dividende einpflege und dann sieht es dann noch besser aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Bedanke mich für eure Kommentare, für euer Interesse, sowohl hier als auch bei Twitter. Wenn ihr das Depot, mein Depot im Detail, euch mal anschauen wollt, könnt ihr das bei DVDyW tun. Den Link dazu findet ihr auch unten im Video, in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns. Bleibt gesund. Euch einen erfolgreichen Mai. Bis bald. Ciao.